Jens? Ja? Kennst du eigentlich das längste Videospiel der Welt? Nö, welches denn? Nennt sich The Longing. Da spielst du einen Schatten, mit dem du 400 Tage einfach nur warten musst. Warte, warte, warte. 400 Ingame-Tage, oder? Nein, echte Real-Life-Tage. Was, was machst du denn da die ganze Zeit? Naja, du erkundest Hüllen, wartest bis eine Spinne Netzwerke gesponnen hat. Naja, und du kannst das gesamte Moby Dick-Buch lesen. Oh, vielleicht komm ich da endlich mal zum Lesen, ob's da einen Spiel. Drone von dem Game gibt?